ja was geht ab leute team bubbelt hier heute mal mit einem shoutout video an zwei kollegen zwei ganz gute yugi tuber die sich viel mühe geben und wäre ganz cool wenn ihr die mal abcheckt so mockschau und ich sind jetzt in so einer whatsapp gruppe seit längerem und dadurch haben wir kontakt mit denen aufgenommen dass in der gruppe sind auch mehrere andere youtuber noch und die zwei hier waren halt so freundlich und haben uns ein shoutout geben deswegen geben wir ihnen jetzt 1 zurück und wir werden vielleicht in der zukunft mit dem mal zusammenarbeiten ein video zusammen drehen oder gastvideos austauschen oder sowas beziehungsweise noch mit den anderen leuten aus der gruppe oder falls ihr irgendwas zusammen machen wollt oder ein gast video hochladen wollt könnt ihr das immer gerne machen schreibt uns einfach also der erste channel ist the legend of yugi ich lasse mal sein intro ablaufen das ist ein kanal könnt ihr mal abchecken als nächstes haben wir kolze yugioh und sein channel könnt ihr auch mal abchecken ansonsten war es das wieder leute wie immer liken subscriben kommentieren unsere anderen videos abchecken die zwei kanäle da abchecken und ciao bis zum nächsten Mal